ja hi und willkommen mein namen ist dann die warte und grüßt euch zurück zu forest ja okay ich habe mir mal die wie nennt man das ich habe keine ahnung wir haben ja der forest häuser bauen ja noch mal die andere ich check mal hier das buch ab und zu gucken was wir noch so bauen können hasen käfig garten stocklager baum schlitten ach damit können wir baum stimme durch die gegen schleppen ja habe ich schon mal irgendwie so gesehen steinlager steine machen können also mache ich mal weil ich kann keine mehr schleppen wo brauche ich denn da hin ich will kann doch irgendwann mal so um platzieren so habe ich stücke die stücke in dem ich einfach hier die dinger steine wurden platziert da ist auch praktisch dann können wir die jedes mal hier rein platzieren dann können wir uns immer welche rausnehmen da ist immer geil wasser brauchen wir wie gerufen wenn ich wir haben hier ein wasser sammler da wenn es mal rechnen sollte könnten können wir hier frisches wasser trinken kleines bett ich weiß nicht was die anderen sachen sind die wir dafür brauchen molotov stolperdrahtfalle wat um hier gegner fernzuhalten ok da bräuchten wir zwei baumstamm schnitten steinlager waffenhalter kleiner schrank sprengstoff lager also wie ich mir vorstelle kann haben wir bauen uns hier unsere klamotten alle und dann bauen wir irgendwann hier so eine band oder so wir können auch so falls wenn du da so machen ja dann wollte ich mir jetzt brauche ich bei mir so ein fenster triebsmittel die signalflagge den holz zählen baum hat zusammen ein kletterseil ich würde sagen wenn das dunkel ist gehen wir mal da in dieses ein ding rein was wir ja gefunden haben das schwere sachen drin ich glaube dass wir da vielleicht so einen kleinen tippe finden würden also da gibt es deutlich weiter ich bin ich bin nicht ich habe jetzt auch nur so früher habe ich ein paar sachen davon von dem spiel gesehen aber ich ja auch das hat irgendwie frisch rausgekommen ist doch als wir sind jetzt schon hier weiter als ich mitten mit dem weg ist in art ja es furchtbar wir können nicht mal fünf meter unser und am startpunkt verlassen und etwa verreckt in dem wald wird ja bald nichts mehr übrig seine so weitermachen noch ein paar stücke das voll der ober kill wir sind die schlechte der natur ich habe schon gefunden mache ich das jetzt aber müssen das ja auch wenn ich komme ich soll vielleicht mal essen oder trinken ja wir müssen irgendwann mal anfangen so was was wir zu finden rohes fleisch kann ich halt irgendwie ja da brauchen wir haben noch geld da kaufen wir uns einfach vorher für unser lagerfeuer mal doch gerade irgendwo hier wir müssen hier unbedingt machen ich versuche das mal hat eine aus hier noch völlig zu bauen das ist nicht genug ich brauche noch von drei äste und ich brauche noch zwei steine hast du ich guck mal ich guck mal nein 24 ja 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 auch mir kann ich jetzt noch essen da reinpacken vogel ja ich muss mit er ja wechseln und dann mit c mit c mit c wir müssen uns hier unbedingt eine hasenfalle hinbauen aber vorher oh warte das hier im baukstand ich baue ist erstmal deine hütte hier fertig ja aber gut fertig fertig habe ich jetzt direkt ausgegessen ja da sind ganz viele pack menschen das vogelfleisch ich mache mal in meine grün wenn du nichts dagegen hast ja ich habe meine blaue gemacht ist aber was kann man jetzt damit machen zählen habe ich gespeichert damit oder was ja ich habe gespeichert jetzt müssen wir ja im dunkeln überleben auch noch ich habe geld glaube ich doch mal man kann jedoch eingehen ich kann mich gar nicht sehen ich kann gar keine machen ich habe keinen stock aber doch ich habe verbesserten stock hat habe ich ja gerade gemacht okay ich glaube ich habe ein sperr gemacht da wo sind ein lagerfeuer schon ja ich dachte ich habe bekommen glaubt du hast es kaputt gehauen aber mit einschlag gibt es doch nicht wie machst du denn die tür hier auf ist einfach du ich so einfach ja moment ich weiß warum wir das nicht machen können wir haben kein bett ja wir doch nicht hier reinpassen irgendwie jetzt nicht das ist einfach erstmal in unseren häusern bleiben damit uns kein unglück passiert kann man nicht irgendwie so fackeln irgendwie so aufstellen irgendwo standfeuer kann man machen da müssen wir müssen wir auch immer wieder irgendwie so ein komischer balken aber das gute ist unsere feinde können auch nichts sehen im dunkeln so wie hast du die fackel gemacht man hat nicht stöcke und stoff der stock und stoff muss zu kombinieren dann kannst du dann zünden irgendwie geht das nicht du musst also ich musste haben bei mir auf dem die back nach rechts drücken nachdem ich den stock in der hand halte in der hand halten ja also gedrückt halten ist dann die fackel angeht aber ich kann gar nicht herstellen ich packen stock und stoff hier rein und hier stock und durch kein feuerzeug doch ich kann einfach mein feuerzeug nehmen ich kann einfach mein feuerzeug nehmen damit sich aber auch hier dafür jetzt jetzt kann ich gerne auf jeden fall herum okay also muss man es war ganz dunkel wird oder was vielleicht sagen wir erst mal anfangen zu essen haben ja mir geht auch ich habe gar nichts mehr zu essen und trinken sich kann ich glaube ein bisschen jagen gehen ja das ist das ist sehr gut dann kriegen wir wasser genau dafür wird sich nämlich hier die schlüssel hier vollfüllen wasser hast du ja gebaut nasenkäfig ja das ist nasenkäfig ich gucke mal wieder hier so ein lagerfeuer gebaut kriege dieses mal nicht kaputt haue ja wir müssen unbedingt jagen gehen ich brauche stein und stöcke stein haben wir da ich habe gerade ringelblumen gegessen sehr gut stöcke brauchen wir noch drei steine 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 haben wir ja ich habe ein steinlager stöcke brauchen wir noch noch kein wasser drinnen dauert ja auch noch eine weile berlin aber ein stock stein eine regelblube gefunden dann ist sie dieses mal nicht doch so lecker aus drei stöcke ich habe keine stücke mehr ich kann keine steine und mein geld da rein ich habe 50 blätter wasser brunnen bringen naja ich kann ich die steile da rein tun kann ich sie mitnehmen genau ist klar irgendwas essen möchte ich mal langsam ja dann muss also ich habe mal so ein bär und soll ich die mal essen ja ja ich glaube ich kann zu essen dass man eine möglichkeit herauszufinden hinten war was wir essen kann und was nicht man muss es essen ja also in der das kurz muss man dazu machen ja um die weise nicht um die fertigkeiten von den dingern irgendwie fertig da wollen wir nur noch ein hasen so vielleicht nicht so oft rennen da kann man doch bauen wird unser leben ein bisschen einfacher macht erst mit dem garten ich brauche mal geraten gott der riesig ich wollte mal hinter unseren häusern oder wenn du willst konzentrieren auch noch ein machen musst du perfekt dahin warte oh warte okay ich bin denn irgendwie kann man sich da auch irgendwie eine axt bauen ich weiß aber nicht wie schon kaputt ne meine axt ist noch ganz aber ich weiß ich weiß dass man sich eine bauen kann aber ich weiß nicht wie ich gehe mit meinen schlitten und bau wo mir ein paar baum stimme irgendwie das ding mal wieder ausmachen ich brauche das noch gar nicht hier ich kann alkohol trinken ja ja schon mal noch zuerst wieder eingestellt ja da bin ich guck mal ob wir da irgendjemand reinpflanzen kannst du so ja 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 da bin ich guck mal ob wir da irgendjemand reinpflanzen kannst du so ja ja da bin ich ich werde mit sehr vielen baum stimmen zurückkommen ja auch wir ich ich komme den steinig vorbei der karten ist fertig oder ist jemand kann man den auch deshalb war mir vorbei kann da klettert man am baum hinten ja genau vor uns ist ein baum da hochklettert weg von unserer basis man nicht so nah an unsere basis ich möchte ich unsere häuser kaputt hauen so ich fand es mal den typen in mein garten ein ja mir ist noch einer ich muss mich eben waschen ich muss mich waschen ich will nicht verseucht werden wir sind auch voll viele leute jetzt am flexen nein du hast das gewährte gleich stirbt sind zwei leute die hier 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 Oh Gott, ich sehe ihn so schwarz-weiß, das heißt ich bin ganz groß. Ich habe noch welche, ich habe keine, ich habe keine, ich nehme diese Leiche, mach mal bitte Feuer an, ich kann noch bitte Feuer anmachen, ich möchte diese Leiche bitte kochen. Ja, meine habe ich im Garten eingepflanzt, der muss man halt sogar machen. Nee, ich habe keine Ahnung, ich glaube, die kann man nicht essen. Hast du Medizin, ich brauche unbedingt welche. Ja, wie kann ich dir hingeben? Ah, warte, das Tablett, du kannst das, dass du bestätigst auf dieses Tablett legen. Ich glaube, du musst es auf dieses Tablett legen und dann kannst du es nicht nehmen. So. Und jetzt? Kannst du mal nehmen? Hey, ein Vogel. Was? Ich habe es. Danke. Sehr gut. Bei mir ist ein Vogel auf den Arm gelandet. Hast du gesehen? Habe ich gesehen. Oh, schön. Da kann ich irgendwas in den Garten hier machen. Ich würde gerne mal einpflanzen. Aber ich kann damit nichts machen. Was? Was brauchen wir? Oh Gott. Wir brauchen, ne? Wir brauchen, ne? Wir brauchen, ne? Ich habe ein altes Lagerfeuer gefunden. Aber schwarz ist das Fleisch drin. Ich habe da gegessen. Ähm. Hm. Ja, ich habe einen Schluck getrunken. Ja, wir... Waffen oder irgendwie so weiter. Ja, ich weiß auch nicht, wie man verlinkt die Waffen herstellt. Möbel, kleine Fallen, Verteidigung, Feuer, Unterkünfte, Essen. Äh, hier erfrosche und die hängende Höhle weiter. Lagerung. Okay. Das Essen finde ich irgendwie nix. Ich finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Findet Timmy. Bau dein Lager. Das sind wir doch gerade dabei. Ja, ähm. Ich habe ne Idee. Können wir uns, äh, wir können uns beteiligen. Kommt hin. Was kann man machen? So. Was? Wo hast du? da muss ich eben ringel blumen messen ich will nicht der volk auf melanne ich will den essen jetzt können können wir anfangen baumstelle zu sammeln damit wir uns hier alter hast du ja ich habe geplant und sie erst mal zu schützen ok cool also los kommen lassen baumstelle sammeln hier sind schon ein paar also so ein schlitten gebaut für baum war denn dafür menge ich denke mal dass wir für eine weile beschäftigt ich habe eine extra getötet so eine haus ist gerade mir vorbeigefallen vogel komm her nein diese leiche die die es vor allem verfaulen wenn man eingepackt lege waren vielleicht nicht da einpacken ich glaube du kannst die lege waren aus kannst als rüstung nutzen ok weich zu wissen hier wenn wir hier mit unserer axe dagegen schlagen können wir die stelle auch wieder zu stimmen wir müssen bis zwei haben müssen wir kaputt machen mein gott geräusch wie die dinge umfallen so langsam wird ja es nimmt so langsam gestalt an ich kann keine stücke mehr mitnehmen oder exe frisch ausrüsten hat aber ich habe eine keule sehe ich gerade da habe ich den typen bekommen nehme ich an ich würde gerne wissen wie man sich neue etwas zu essen ja ich bin dabei man ich habe nichts mehr zu essen ich habe auch nicht ich habe nur noch hingeblumen und aloe vera vielleicht soll man mal wie das am anfang partierer zu jagen ich habe ja die exe wird auch ein bisschen fleisch geben so was hat denn ja wir haben ja nachbarn sehe ich gerade ja wir sind so hütten oder nachbarn vielleicht haben die was zu essen wir sollten machen das ist diese einheimischen attackieren das wäre doch wo ist das alles plündern solange die weg sind vielleicht vielleicht man hat die die ganz gerade angegriffen haben ich habe ein neues outfit gefunden ich habe geld gefunden noch ein leben getötet exe oder ich habe ich habe einen topf gefunden zum wasser körper zum wasser körper auch noch ist alt das ist stoff sei sehr gut voll die goldgrube hier die käfig hier kaputt machen wenn wir jetzt hier alles planen die bei uns als alkohol nach hinternehmen was irgendwas essen ok hier kannst du trinken das ist zwar nicht gerade sauber aber kannst du trinken gottes essen ja eingesammelt ja wo dieses sprengstoff ding ist nicht genau nein ich habe die folie verfehlt dann wird es zurückgehen oder ich muss mal meine steine einlagern ich glaube ich habe irgendetwas gibt es geht ja ich habe ihn zusammengezuckt ja wir gehen ja das ist auch bei mir bis hier als ich das wasser getrunken habe vielleicht was er nicht ganz sauber war kochen damit wir speisen kann ich habe im moment aber gerade kein junger ich habe wartet wo zu sein dingens erstmal licht da mit feuerzeug anmachen blätter rein wird sehen wir wieder was steckt sein bitte sehr habe ich eingetan dann fertig ist ganzes nehmen am an stein lager ist wohl stein lager ist wohl glaube wir brauchen mit neues gott ist das dunkel er leuchte ein signal wie die hoffnung auch wir können aber dafür brauchen wir sie jedem gesteig wer soll uns retten ich glaube ob das essen fällig ist ja schön ach jetzt konnte ich den lego an da reinpacken das lego an fleisch ist am kochen ich habe hier noch einen stein lager gemacht kannst du reinstellen aber wohl getroffen stein lager ausgebaut hast du gesagt ein bisschen ja jetzt bin ich voll ich verstehe leistung voll ist dann können also müssen warten bis der dunkel genug ist oder was ja aber ich werde jetzt erstmal speichern ja wir ernähren uns noch mit bären und also weiter die erzählen uns wieder irgendwie in ohnmacht vereinlassen wir können noch nicht mal unser unseren sportpunkt hier irgendwie verlassen aber sobald wir fünf minuten irgendwie da von entfernt sind von dinosaurier angetüttet werden das ist furchtbar guten morgen wurde morgen aber ich würde sagen das war schon wieder der end des parts oh mein gott mein junger schon wieder voll runter gegangen hat sich geschlafen also dann ja wir werden den part und dann geht es beim nächsten mal weiter wenn wir unsere wand fett bauen ja und natürlich auch bei trüften genau also ja bis demnächst bitte abonniert und also war das wäre richtig nice von euch aber sehen wir uns in der nächsten folge tschau tschau